Willkommen, liebe Zuschauer, bei der ersten Ausgabe von Win or Lose. Heute mit ganz besonderen Gästen. Einmal aus dem Medienbereich, gegen die PR. Es geht um Ehre, es geht um Stolz, es geht um diesen Ehrenpreis hier. Ich würde sagen, wir stellen erstmal die Kandidaten vor. Stellst du dich eben vor? Ja, moin. Ich bin Alex, 18 Jahre, wie gesagt, aus dem Medienbereich. Und wir holen das Ding. Ihr holt das Ding. Mein Name ist Leon, ich bin auch 18 Jahre alt, direkter Kollege vom Alex. Und wir machen die Gegner heute platt. Das nenne ich Eifer. Ich bin Maurice, ich bin 19 Jahre alt, aus dem PR-Bereich. Und ich bin definitiv der coolste hier. Eine Ansage. Ja, ich bin Mona, auch 19 Jahre alt. Und genau, auch aus der PR. Und ich glaube, dass wir das auf jeden Fall gewinnen werden. Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall recht eifrige Teilnehmer. Und die wollen alle auf jeden Fall diesen coolen Hauptpreis, gesponsert von Benno House, nebenbei erwähnt. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Runde an. Bei der ersten Runde geht es um intellektuelle Aufgaben. Ich hoffe, ihr habt euer Allgemeinwissen einmal richtig aufgepusht und seid jetzt ready für die erste Runde. So, einmal zum Erklären. Wir haben hier oben, ich gehe auf diese Seite, von A, B, C und D in verschiedene Kategorien unterteilt. Zum Beispiel, ich mache das jetzt so, ihr sagt B2. Dann werde ich diesen Umschlag hier runternehmen, werde die Frage, die da drin ist, vorlesen. Und das jeweilige Team wird dann auf diese Frage innerhalb von 30 Sekunden antworten. Die Frage ist dann wieder weg. Die andere Gruppe darf dann nicht antworten, falls die andere Gruppe das nicht hinkriegen sollte. Habt ihr das soweit verstanden? Ja. Die Themenbereiche wären einmal Allgemeinwissen, Geschichte, Lifestyle oder öffentliches Leben und Natur oder Wissenschaft. Das wird auf jeden Fall was. Und mit Anstieg der Punktzahlen steigt auch der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben. Habt ihr alles verstanden? Seid ihr gewappnet? Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir mit Team Medien an und ihr sagt jetzt einfach, welchen Briefumschlag ihr haben wollt. C3. C3. 200. Ja. Allgemeinwissen. Ich stelle die Uhr schon mal ein. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Welche Währung gilt in den Benelux-Staaten? Ich weiß es nicht. Du? Ich weiß es auch nicht direkt. Okay. Ja. Kann man nur raten. Ich würde auch Euro. Euro ist eure Antwort. Und Euro ist die richtige Antwort. Die ersten 200 Punkte gehen an Team Medien. Was habt ihr gut gemacht, Jungs? Das sind die Benelux-Staaten, ist die Frage. Ja. Wisst ihr denn, was die Benelux-Staaten sind? Nein. Nein. Belgien, Niederlande und Luxemburg. Ah, okay. Belgien. Belgien. Das erklärt es dann wieder. Team Medien. Ja, wir wollen C4. Hä? Wir sind überhaupt nicht Team Medien. Ach, Team PR. Nochmal. Team PR. Ja, wir wollen C4. C4. Oh. Schon 400 Punkte. Seid ihr gewappnet? Mhm. Für den Themenbereich Geschichte. Scheiße. Der vereitelte Attentat auf Hitler durch Klaus, Schenk, Graf von Stauffenberg, fand statt am. Ich meine, das war an seinem Geburtstag, dem 20.04. Das Jahr? 1942? Leider nicht. Datum war richtig, aber ich wollte das Komplette. Und zwar am 20. Juli 1944. Schade. Die ersten 400 Punkte sind somit weg. 200 Punkte in Führung, Team Medien. Sag, was? A2. A2. Jetzt wird es nochmal spannend. Schade, dass wir keinen Trommelwirbel haben. Oh, 300 Punkte. Seid ihr bereit? Ja. Und die 30 Sekunden laufen. An welchem heute noch zelebrierten Tag wurde die amerikanische Unabhängigkeitserklärung ratifiziert? Datum und Ja. 4. Juli. Puh. Ja? Weißt du es? Ähm. Da kann ich nur raten. Also 4. Juli ist es, glaube ich. Aber 19... Ich bin graus. Keine Ahnung. Geschichtliche Daten. Leider ist die Zeit auch schon vorbei. Es war der 4. Juli 1776. Das hätten wir nicht gewusst. Schon. Ich habe es dir gerade super gesagt. 200 zu 0. Ihr hättet es gewusst? Ja. Also nicht wir, sondern er. So kann es gehen. Die falschen Fragen an die falschen Gruppen. Ihr seid dran. Ja, ich entscheide. Ähm. B3. B3. Eine 100 Punkte Aufgabe. Auf jeden Fall noch. Dann kann Team PR jetzt vielleicht etwas nachholen. Seid ihr bereit? Ja. Wie lautet die Hauptstadt von China? Ich meine Peking. Peking ist eure Antwort. Ja? Ja. Richtige Antwort. Sehr gut. Die ersten 100 Punkte an Team PR. Team Medien. Glückwunsch dafür. Aber lange gezögert. Ja, ich bin. Okay. D4. 100 Punkte. Scheiße. Themenbereich Geschichte. Ja, gut. Seid ihr ready? Jawohl. Ja. Wann endete offiziell der Zweite Weltkrieg? Den Tag auch? Tag, Monat und Jahr. Jahr hatten wir ja. Offiziell. Das Jahr kann ich dir wohl sagen, aber Datum leider nicht. Ja, müssen wir raten. Das Jahr ist 1945. Hast du nicht gefragt nach dem Ersten? Zweiten. Ach so. Ja, 1945. 27. März. Die Zeit ist rum. Leider falsche Antwort. Es war der 2. September 1945 mit der Kapitulation von Japan. Deswegen auch offiziell. Team PR. Welchen Briefumschlag nehmt ihr? A4. A4. Reicht spannend hier. Uh, 300 Punkte. Da kann auf jeden Fall jetzt ordentlich aufgeholt werden. Seid ihr bereit? Ist der Bereich Natur oder Wissenschaft? Ja. Wie viele Chromosomen enthält eine menschliche Körperzelle in der Regel? Nein. Ja, äh, das sind nicht 32. Dann mach deine Antwort. 22. Nein. Betten? 32. Das ist eure endgültige Antwort? Ja. Nee, warte. Es sind nicht weniger als 30. Es sind nicht weniger als 30. Die Zeit läuft gleich ab. Das ist die Antwort. Also 32 ist eure letzte Antwort. Es sind leider 46. 46. Was heißt leider? Es sind 46. Aber eure Antwort war halt falsch. Keine Punkte. Aber alle falsch von deinem Herbst. Wir haben es nicht weniger als 30. Team PR. Chromosomen, nicht nach Chromosomenpaaren. Da muss man aufpassen, weil es ja mal gedoppelt ist. Ja, stimmt. Genau. 23. Na, so gut war ich auch nicht. Team Medien? 23 Chromosomenpaare. Äh, b1. B1. Das müssen wir noch gar nicht finden. Ja, 200 Punkte. Wie steht es denn gerade? Ja, echtes Wort. Ähm, ich würde sagen, das dürft ihr erst am Ende erfahren. Okay. Jetzt erstmal noch nicht. Okay. Ähm, Geschichte. Ja, nice. 30 Sekunden laufen. Seid ihr bereit? Mhm. So. Wie nennt man den Sarg, in denen die Ägypter ihre Könige bestatteten? Ein Sargkopf. Ihr könnt auch lauter sprechen. Das sind doch so, du meinst den Sarg. Wie nennt man den Sarg? Den Sarg, in denen die Ägypter ihre Könige bestatteten. Also, Sarg jetzt. Also, Sarg ist jetzt. Ja, Sarkophag, das kann ich, das... Ist eure Antwort. Oder ist das nur die Kurzform? Ein Sarg ist ein Sarkophag. Ja, ist unsere Antwort. Sarkophag, 200 Punkte an Team Medien. Haben wir wie viel? 400 jetzt. Die haben... Team PR. Die haben 0 Punkte, oder? Nein, wir haben 100. 100? Woher dann? Äh, WG. Ah ja. WG. Da ist auf jeden Fall ordentlich noch viel aufzuholen. Ja, dann nehmen wir D1. D1? Ja. 300. Geschichte. Seid ihr bereit? Wie lautet nach griechischer Mythologie der Name des Gottes der Meere? Poseidon. Ja. Ja, Poseidon. Poseidon ist eure Antwort. Und Poseidon ist auch richtig. 300 Punkte an Team PR. Ja, so schnell können sich die Punkte ändern. Team Medien. Äh, C1. C1. Wenn jetzt wieder Geschichte kommt. 200. Bereich, welcher? Bereich, den wir bis jetzt noch gar nicht hatten. Lifestyle und öffentliches Leben. Seid ihr bereit? Ja. Zu welchem Song von Drake entstand die Kiki-Challenge? Wenn man jetzt mal Rap hören würde. Das heißt doch Kiki, das Lied, oder nicht? Oder heißt das Album? Die Challenge heißt auf jeden Fall Kiki Challenge. Wie heißt aber der Song? Album Kiki. Der Titel. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Ihr habt gar keine Zeit mehr. In My Feelings. Das war die mit dem am Auto tanzen. Ja, wo die im Auto aussteigen und den Tanz machen. Ja, scheiße. Stimmt. Ich habe das Lied gerade im Kopf so gesungen. A1. A1. Ja. Also wie gesagt, es kann kein anderer die Frage bannt und deswegen dürft ihr auch laut diskutieren, vorsingen, was man wollt. 100 Punkte. Und auch Lifestyle und öffentliches Leben. Die hätte ich gern immer. Ich bin optimistisch. Seid ihr bereit? Okay, ja. Von welcher Künstlerin ist der Erfolgshit TikTok? Shakira? Nee. Das ist... Komm, du weißt doch sowas sicher nicht. Ja, das ist schon voll alt, ey. Ihr könnt es auch vorsingen, wenn ihr wollt. Vielleicht fällt es euch ein. TikTok, andere Kram. Ja, das bringt euch aber die Interpretten nicht. Nein, das ist nicht von Shakira. Habe ich mir auch nicht gedacht. Die Zeit. Ach was, die Zeit. Ja, die macht auch TikTok die Zeit, ne? Die Zeit, die macht auch TikTok natürlich. Kesha? C2. C ist somit nicht mehr zu nehmen. 400. Ordentlich anstrengend hier. Naturwissenschaft. Jetzt müsst ihr wirklich auf die Zeit achten. Also, ich glaube, ihr müsstet es hinkriegen, aber achtet wirklich auf die Zeit. Also, wenn ich die Frage gestellt habe, sofort versuchen zu beantworten. Ja, seid ihr bereit? Ja. Nennt die Planeten unseres Sonnensystems in der korrekten Reihenfolge zur Sonne? Das kann ich. Ich kann die alle nennen, aber nicht in der Reihenfolge. In der richtigen Reihenfolge zur Sonne. Ja, kann ich nicht. Versuch's doch. Wenn einer kann, dann du. Ja. Von uns beiden. Zeit, also mach einfach. Zehn Sekunden ab. Versuch's. Saturn, Uranus, Jupiter, Erde, Venus, Merkur. Ja, das ist halt eh nicht richtig. Was soll ich? Nein. Okay, die Zeit ist abgelaufen, aber wir haben keinen Buzzer gehabt. Nein, war leider falsch. Es wären Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto gewesen. Aber kennt ihr? Pluto ist kein Planeten. Da gibt's auch diesen Merksatz. Ja, mein Vater klärt mir jeden Sonntagabend unsere neuen Planeten. Ja, aber da gibt's trotzdem Planeten, die den gleichen Anfahrtsbuch haben. Also, Pluto ist offiziell kein Planet mehr, aber wir haben ihn in der Aufgabe mit eingenommen. Wegen dem Spruch. Scheiße. Er hätte eine Fahrradkette, ne? Leider sind die 400 Punkte weg. Team BR. Oh Mann, aber gut, dass Sie das noch nicht hatten. Warst du das letztendlich? Verdammt, ey. B4. 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 400. Lifestyle und öffentliches Leben. Bei dieser Frage geht's auch wirklich um Schnelligkeit. Also, in 30 Sekunden müsst ihr versuchen, das hinzukriegen. Seid ihr bereit? Mhm. Aber auch auf die Frage achten. Nennt mir die sechs Hauptcharaktere aus The Big Bang Theory nach Reihenfolge der Nachnamen. Alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen. Ich guck den Scheiß gar nicht. Da gibt's doch irgendwie, es gibt doch Sheldon. Cooper. Ja, das ist ja schon mal ganz weit vorne. Und wen gibt's noch? Auf die Zeit achten, ihr habt noch zehn Sekunden gleich. Penny? Wir können eigentlich das direkt aufgeben, weil wir den Namen so erkennen. Ja, keine Ahnung. Also, wollt ihr aufgeben? Ja, ich guck die Show nicht. Dann kann ich ja die Zeit stoppen. Hättet ihr es denn gewusst? Nein? Das wären Sheldon Cooper, Amy Farrah Fowler, Leonard Hofstetter, Rajesh Kutrapalli, Bernhard Marian Rostenkowski und Howard Wolowitz gewesen. In der richtigen Reihenfolge. Okay. Die weiteren 400 Punkte sind somit weg. Team Medien. D2. 200 Punkte. Aus Natur oder Wissenschaft. Ich krieg den. 30 Sekunden. Habt ihr Zeit. Welcher Theorie nach werden dem Nachkommen die selbst erworbenen Eigenschaften vererbt? Welcher Theorie nach? Welcher Theorie nach werden dem Nachkommen die selbst erworbenen Eigenschaften vererbt? Ist das denn so ein Name eines Biologens? Irgendwas mit Mannschen, weißt du? Allenschen Bergmannschen Regeln. Ja genau, dass es in den Körper anhängen sind. Aha. Ja gut. Ich weiß es nicht. Jetzt gibt es. Wir wissen es nicht. Nice. Wisst ihr es? Ich nehme an, es ist Epigenetik. Zeit ist gestoppt. Es wäre der Lamarchismus gewesen. Oder die Evolutionstheorie nach Lamarck. Ach Lamarck. Es gibt ja die zwei Evolutionstheorien. Charles Darwin und Lamarck. 400 Bi von Lamarck. Den Darwin kenne ich sogar. Krass. Team PR? A3. So, somit ist A jetzt auch nicht mehr zu haben. Nein, das steht noch nie entschieden. Auf meiner Rechnung. Ihr könnt jetzt ordentlich aufholen. 30 Sekunden habt ihr Zeit aus dem Bereich Allgemeinwissen. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Wer schrieb das Drama Die Räuber? Äh. Weiß ich nicht. Kennst du das? Ich muss mich kurz nachfragen. Von wann ist das denn? Wissen wir das? Ähm. Ich möchte jetzt keine falschen Informationen geben, aber ich glaube aus dem Mittelalter. Kann ich nicht beantworten. Ich kann mir Autornamen nicht merken. Nein? Stoppt an die Zeit. Friedrich Schiller wäre es gewesen. Da habt ihr wahrscheinlich alle schon was von gehört. Ich hätte ihnen raten können. Deswegen immer versuchen, irgendwas zu nennen. Ja. Man kann am Ende eh immer verlieren. Team Media? Ich, ne? Äh, nehmen wir B. 300 Punkte. Lifestyle. Lifestyle und öffentliches Leben. Seid ihr bereit? Ja. Ich glaube, ich werde die Zeit etwas später anfangen zu starten, weil die Frage auch recht lang ist. Stevie Wonder, Beyoncé, U2 und Kanye West teilen alle eine Gemeinsamkeit. Sie sind Rekordhalter welcher Auszeichnung? Kannst du das nochmal sagen? Kannst du das nochmal sagen? Stevie Wonder, Beyoncé, U2 und Kanye West teilen sich alle eine Gemeinsamkeit. Sie sind Rekordhalter welcher Auszeichnung? Oah, Emmy. Also, würde ich einfach mal denken, was das alles für Menschen sind. Ja, Musiker. Die meisten Platz 1 Charts. Auszeichnungen. Achso, ich dachte jetzt so. Grammys wären es gewesen. Die Grammy Awards. 25, Stevie Wonder, Beyoncé, 22, U2, 22, Kanye West, 21. Ja, es gibt ja keine große Wahl. Die letzte Aufgabe. Komm, das müssen wir jetzt auch schaffen, ne? Wir kriegen das hin. 100 Punkte. Naturwissenschaft. Das ist echt schade. Wie viel ist da denn eigentlich Naturwissenschaft? Das ist doch total viel, oder? Ich glaube, das ist gleich aufgeteilt. Ganz viel Geschicht. Ist gleich aufgeteilt. Okay. So, seid ihr bereit? Was ist die Wurzel aus 144? Ich hatte zwei Punkte in Mathe. Weiß ich nicht. Wurzel ist das nicht, was man mal nimmt. Hochrechnen muss. Nein, hochrechnen muss. Was? Hochrechnen muss. Ja, dann mach du mal. 12. Korrekt. Sehr gut. 12, 100 Punkte an Team PEM. Moment, aber das ist doch jetzt, wenn ich jetzt sage, 12 mal 12, ist das dann 144? Ja, das sind dann 144. So meinte ich das auch. Aber ich hätte es trotzdem nicht ausrechnen können. Ja. Es geht aber auch 12 hoch 2. Ja, das meine ich ja. Auf jeden Fall, das war die letzte Aufgabe, die letzten Punkte. Ich würde gerne den Zwischenstand gerne wissen. Die PR führt mit 500 zu 400 gegen die Mediengruppe, aber da ist auf jeden Fall noch ordentlich was rauszuholen. Weil ihr diese Runde verloren habt, würde ich sagen, ihr habt jetzt das Privileg, dass ihr aus einem dieser Briefumschläge wählen dürft. Und dort sind dann Aktivitäten, aber ich glaube, ich erkläre mehr was dazu später. Welchen möchtest du? Eins, zwei oder drei? Ah, Numero uno, ne? Ja. Den würde ich dann auch. Achso, ich darf nicht. Ne, ne. Nein. Aber ich hasse dich. Ja, du machst dich hart. Pantomime? Wer möchte raten, wer möchte erraten? Ich werde die Pantomime machen. Du wirst ein Pantomime machen. Oder soll ich? Ne. Magst du rüberkommen, Leon? Jetzt kriegen die gleich erklären. Einen ordentlichen Applaus für unseren Leon. Komm mal hier rüber. Kannst du ja zurückrufen und sagen, du bist im Fernsehen. Auf jeden Fall sichtbar für Leon. Äh, Alex. Ach, Alex. Sorry. So, das sind die Begriffe. Du darfst innerhalb von einer Minute, du kannst, wenn du möchtest, alle machen. Aber halt, wie viele du in einer Minute schaffst oder er errät. Und das sind die Punkte, die er erhalten darf. Ich halte. Also, warte mal, warte mal, wie viel Zeit habe ich? Du hast eine Minute. Du kannst weise wählen. Entweder du nimmst die höhere Punktzahl, ist dann etwas schwieriger. Oder die geringere Punktzahl. Okay. Hast du es verstanden? Ja. Also, du kannst halt so viele machen, wie du möchtest. Eine Minute. Eine Minute. Das ist dann gleich eingestellt. Okay. Bist du bereit? Mhm. Und die Zeit läuft. Kamera, Foto, Kamera? Mhm. Ja. Ist der erste Teil? Ja. Hm. Kamera. Hier. Saal. Hä? Kamera? Kamera? Zoom. Zoom. Ach doch, die Zeit. Keine Ahnung. Mann. Du kannst doch überspringen, wenn du etwas anderes möchtest. Gell, irgendwas anderes. Geld. Mhm. Pullover? Geldwäsche? Mhm. Mhm. Ähm. Trinken? Erstes ist trinken. Zweites ist? Geld? Hallo. Trinken Geld, hä? Trink Geld. Mein Gott. Ja, wirklich. Trinken Geld. Das wäre jetzt noch ein Blutdruck gewesen. Das erste, ich wollte eigentlich Kamera, aber das ist eigentlich eine kleine, die Pizze in so eine Spiegelbemien und dann musst du... Was war denn das erste? War das ein Motor? Das war Spiegelreflexkamera. Ja, okay. Spiegelreflexkamera. Trinken Geld. Leon, 160 Punkte, ist eine ordentliche Leistung, würde ich sagen, addieren wir dazu zu Team Medien. So, Team PR, zwei oder drei? Ähm, zwei. Ich würde sagen, ich komme zur Dame. Zwei, oder? Zwei? Ich wollte drei, okay. Nein, wir nehmen zwei. Okay. Das wäre schon sehr unfair. Hauptsache jetzt kein Zeichnen oder so. Ja, erklären-Welt. Kann ich von dir nicht lesen. Montagsmalerei. Nee. Was ist das? Jan. Zeichnen. Ja, das mache ich dann mal. Wer möchte zeichnen? Wer möchte erraten? Kannst du zeichnen? Nö. Okay, ja, okay, mach, aber du kannst, jeder kann besser zeichnen. Ähm, Zwischenfrage war, wenn... Ist das jetzt das Letzte? Das ist jetzt die finale Runde. Okay, also danach ist es vorbei. Hä? Was ist mit der Drei? Ja, gibt's nicht. Die Drei gibt's nicht. Ja. Sonst wäre ja die eine Gruppe übergekommen. Ich will wissen, was in der Drei drin ist. Okay. Heute kann es am Ende. Mist. So, du weißt, was Montagsmalerei ist. Ich erkläre es für Sie nochmal, liebe Zuschauer. Bei Montagsmalerei geht es um Zeichnen. Du hast hier jetzt Begriffe. Hier hast du die Punkte. Du kannst auswählen, welche du machen möchtest. Höhere Punktzahl, natürlich schwierigere Aufgabe. Bist du bereit? Du hast auch eine Minute Zeit. Hast den grünen Stift jetzt genommen, ne? Ja. Ich würd dir, ich würd das halten. Okay. Weil ich auch abpacken muss. Bist du bereit? Ja. Eine Minute hast du Zeit. Ja. Los. Hund, Fuchs, Katze. Kein Tier. Teufel. Teufelskopf. Teufelskreis. rollerskürlich. Am Ende. Kein Papier. Ein Passagate. Liebe. Da könnte ich nicht alle machen. Hilftris�ler. érencenen. Das concerned könnte es einfach nicht passen. Ich deue Probleme. Ganz vieles страш. und die zeit ist abgelaufen kannst du dich auch gerne hinsetzen danke moris ja teufelskreis und golfplatz machen 160 punkte auch für euch 160 punkte ich glaube kurz der zwischenstand also liebe zuschauer wir haben einen ganz klaren gewinner mit 660 punkten medien die ward nicht schlecht 560 lag nur 100 punkte hinterher ab und zu natürlich glücksgriff bei den fragen eine passt euch besser als der anderen gruppe ich würde sagen ihr kommt mal nach vorne und holt euren gewinn ab ich hoffe ihr habt damit sehr viel spaß so liebe zuschauer es hat mich gefreut dass sie dabei waren das war die erste ausgabe von win or lose ich hoffe wir sehen uns auch das nächste mal ich bedanke mich bei meinen teams ihr habt das alle ganz super gemacht und ich hoffe ihr schaut auch das nächste mal wieder rein bei win or lose